Liebe Österreicherinnen und Österreicher, liebe Freunde, wir haben es selbst in der Hand, unser Land wieder in die gewohnte Normalität zurückzubringen und uns vom Joch dieser unzähligen schwarz-grünen Bundesregierung zu befreien. Dafür werden wir gemeinsam am 1. Mai am Urferaner Jahrmarkt in Linz ein ganz, ganz starkes Zeichen setzen. Gemeinsam mit euch werden wir die Weichen für ein neues Österreich stellen. Für ein Österreich, wo man in Sicherheit, in Freiheit und in Wohlstand leben kann. In unserem schönen Land muss endlich wieder eine Politik für die Bürger und nicht gegen sie gemacht werden. Zu tun gibt es genug. Man denke nur an die Teuerungswelle, man denke an die Corona-Maßnahmen, an die Standortsicherheit oder an unsere Neutralität. Also nicht vergessen, am Sonntag ab 9 Uhr sehen wir einander im Festzelt. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich. Vielen Dank.